Das Sicherheitsmesser BASIC U013 ist sicher und robust. Sicher durch den automatischen Klingenrückzug. Robust durch die Metallschiene im Kunststoffgriff. Der automatische Klingenrückzug sorgt für eine hohe Sicherheit beim Schneiden. Sobald Sie den Daumen vom Klingenschieber nehmen, wird die Klinge automatisch wieder in den Griff gezogen, sodass Sie sich beim Schneiden nicht verletzen können. Schneiden können Sie mit diesem Sicherheitsmesser ganz einfach und nahezu alles. Egal ob Klebeband, Kartons, Teppiche, PVC, Folien, Bänder oder vieles mehr. Das Messer ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder hervorragend geeignet und kann auch mit Handschuhen gut bedient werden. Dieses Sicherheitscuttermesser hat am hinteren Ende eine stabile und große Öse, um das Messer daran zu befestigen. Auf der Rückseite hat das Messer einen Softgrip, damit es jederzeit sicher in der Hand liegt. Zum Wechseln der Klinge den Schieber ca. 0,5 cm nach vorne schieben, bis unter den zwei Ausklarbungen im Metall die schwarzen Kunststoffhalter zu sehen sind. Den Hebel dann nach oben klappen und die Klinge vorsichtig nach vorne herausfallen lassen. Anschließend die Klinge drehen oder eine neue Klinge einsetzen. Entsprechend umgekehrt die Klinge wieder mit dem Hebel arretieren. Anschließend kontrollieren, ob der Hebel richtig in der Klinge eingerastet hat. Sie suchen ein sehr günstiges Sicherheitsmesser mit automatischem Klingrückzug und stabiler Metallführung? Dann ist das Sicherheitsmesser BASIC U013 mit seinen 2 cm Schnitttiefe genau das Richtige für Sie.